OOOOH! Aufseite. Haben Sie überhaupt Mutten? Okay, das ist glaube ich, dass wir das Kumpel sind. Der eine Jäger hat gerade gut reinge-yatet. Der wollte nicht. Und er ist wieder reinge-yatet und Schild-Break. Schild-Break! 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 Der eine Jäger hat gerade gut reinge-yatet. Ich werde getrailtert. Ah, zu viele. Ich kam nicht weg. Jo! Die Wunder aus dem Ballon! Auf jeden Fall! Jo! Guck mal wo die liegen! Ich hab zwei von denen low gemacht und dann... Wir sind nicht in der Clamp-Auswitz. Gestern war in Rumble, in Coms und Maid von mir eingefroren, von der Stasis-Wand-Voll und ich hab den Jäger-Wagget-Totet. Woll ich erst mal mit der Barrikade in die Mauer, weil er steht bei den Shedder. Digga, du hast absolut dreimal Woll gesagt, in den drei Sätzen. Das ist doch überhaupt nicht. Und? Du hast gerade gesagt, in Rumble, in Maid von mir. In Rumble, so Maid, Woll... Ah, er hat nicht geschädert. Ich hab getrailt, dass er die Shotty vernaxtet hat. Mhh! Todausschieße! Ich liebe es dir ganz schön! Ich seh nur in der... Na, ich hab'n Problem. Es ist nur noch ein... Leute, sag mir nicht, er ist in die Nate gesprungen. Äh, ist in die Nate gesprungen. Alter, was für'n Fallfett-Play ich da gemacht habe. Digga! Das sind für Alki-Formulierungen. Also, ich sag's mal so'n... Oh mein Gott! Das kann ganz schön abkühlen. Er weibt das sein eigenes Sechsmann-Team. Ich weiß ja, wir trinkst ja nix. Ich versteh' nichts jetzt, Tom, was denn? Also, so'n Tampon, n' Wodka und da hinten rein. Doch, Stingy, ich wünsch dir mancher... Hahahaha! Du hörst so'n dumme Hunger! Hahahaha! Hahahaha! Ich sag' auch noch, ich versteh' nichts, dann muss ich mir sowas machen. Nee, dann nicht. Junge, auf einmal explodiert das Barry, wenn ich ihn Luke katapultiert hätte, von ihm einen Käpt'n angeschossen. Bekomm' ich genau. Das ändert mich gut, wenn wir das sechs langfangen, aber egal. Ach doch doch, das läuft. Einrein, Jungs. Ich dachte, ich markier' jetzt mal den Endpunkt, damit wenigstens die Leute... Oh mein Gott! Hahahaha! Digga, wo ist der Käpt'n hin? Wo ist der Käpt'n hin? Hahahaha! Wer geht denn hoch und wer bleibt unten? Ich geh' nach oben. Ich geh' nach oben. Ich geh' nach oben. Ich geh' nach oben. Dann bleib' ich unten. Perfekt. Ich mach' mit. Äh, war vorne bei euch dann hinten an der Scheibe, oder war vorne bei euch... Nein, vorne ist Aufzüge. Hä? War vorne bei euch hinten bei der Scheibe? Hahahaha! Die Frage erschließt sich los, ne? Warte. Ich glaub, blind macht das Grenze hier so'n bisschen fertig. Fieser, wir fallen! Null! Wie saut, Alter! Oh, sega! Oh, 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 oh! StI scarcity Das ist so schlimm. Der Typ in der... Er läuft einfach rein in den Dürre-Sammlar. Shallah. Macháloch. Welche D �lige? und sieg hat wirklich geflogen und die leite habe ich so weit hinter die leute geworfen die haben die man komplett raus verloren ich hatte endlich er hat durch die wand geschossen ist urzeitlich ist gut er hat mich getötet ich hab weiß ich das geht leider wohl da haben wir ihn Challenge accepted und geschafft! Und noch eins! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Lorenz Antrieb! Der spielt Lorenz Antrieb! All diese Stärke und doch bist du nichts als ein Bediensteter für die Erlachtenkönigin! LOL Hahahaha Du musst es dir umsuchen Hahahaha 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 Ups Scheiße Erstmal den Challenge Wolltest du reinpacken? Oder Du hast was oder Stein ist offen Lika kriegt den Wald? Ja wahrscheinlich Lika kriegt den Wald Lika kriegt den Wald 3 8 7 Was ist das denn Alter? 3 1 Oh, alles klar, Mann. Jungs, ich kann euch irgendwie... Das ist ein Schlaganfall einfach. Autographie, Grammatik komplett wegsetzen, Alter. Ja, moin. Der stimmt was machen. Der stimmt was machen. Der stimmt was machen. Und natürlich kommt jetzt Alex an. Hast du ihn gekillt schon? Ja, ne? Nee. Ich bin jetzt... Arbeite mal mit. Ich werde hier gegen die Wand gestaumt und alle. Ist das komisch jetzt, dass es ein Bungie-Reward? Ach, da musst du... Ach, ja, du musst im Store das Ding legen und dann erst kaufen und... Ne, ich habe mir das jetzt noch nicht geholt. Ich finde das auch irgendwie komisch, dass es ein Bungie-Reward, aber die Ding ist in den Store rein? Ja, ja. Ja, ich finde es irgendwie super hässlich. Ich habe es mir jetzt nicht geholt, muss ich sagen. Ja. Besser haben als nicht... Ach, Junge. Ich habe gar nicht erst gesehen. Ne, was soll das? Ja. Hier ist euch beide komplett. Sorry, hier konnte ich ja nur nicht dran denken. Das ist einfach Grandmaster. Jetzt hab ich einfach alles one-shottet, damit es schwierig ist. Jetzt habt ihr euch komplett verlegt. Ehehehehe. Ach, Digga. Aus dem deutschen Clan die Butterbirnen. Verstehst du jetzt, was ich meine? In diesem Clan sehe ich dich ja auch. Hm. Ich sehe gerade, wie ich dem Typen absolut die Klippe runtergielte. Ich war kurz davor zu tun. Also sie sind leider zu zweit. Ich bin allein. Ich glaube aber, was wir hier spielen, können die auch beide alleine machen. Jo, er ist von... Ich bin nicht auf den Start. Sonst wird das ein kurzer Tipp. Ey, Junge, dich verlebe ich nicht wieder. Nach dem, was ich da gerade gesehen habe, weiß ich das nicht. Der andere hat jetzt einen Swope. Ich muss die gleich rausgehen. Manni wird begeistert sein. Wenn sie jetzt schon umläuft. Der Typ hat... Der Typ... Ne, ey, da kannst du mich ernst nehmen. Ne, ey, ich werde dir mehr rumgeschossen wie in der Kölner U-Bahn. Oh mein Gott. Ey, Thomas wäre enttäuscht von dir, Manni, wenn er das gesehen hätte. Jo, ich wusste... Ich wusste, es wird passieren, in dem Moment, wo ich dich auf Sprengen gesehen. Ficken, Alter. Okay, ich dachte, du ist gleich Shotgun da gerade rein. Haha. So, soll ich jetzt aus den letzten dreien noch Heavy machen? Das ist echt toll. Ah. War gar nicht am Wochenende, warum das jetzt schon hackt? Also, wenn er jetzt hier von den nächsten zwei Chefs jetzt echt... Das muss man nicht rein sagen. Das wird nicht so auf Agro gehen. Ja, was will er denn machen? Mich töten? Ja, schon irgendwie. Ja, läuft. Tschüss, Jansen. Guck. Zeig dir mal ne Taktik, wie das geht. Oh Mann. Wir müssen erstmal so ein bisschen scouten. Muss ich erstmal hier drunter gehen. Die Hitbox wieder Premium von den Pfeilen. Güter gefallen. Okay. Oh mein Gott. Du lässt das so leicht aussehen. Tja, ich werd so abgeflincht von der Explosion, das ist unnormal. Ja, das ist der... Das ist... Das war... Oh mein Gott. Der war disgusting. Tja, meine Mutter. Ja, aber der ist doch größer. Da hab ich gesagt. Ja, es kommt nicht immer auf die Größe an. Komm doch die Techniker an. Keine Worte. Das hat mein Bruder dann gesagt. Du hast schon recht, Meclas. Es wird alles gut. Ja, der ist ja... Irgendwann... Zum Stoß. Der ist ja komplett lost gewesen. Ich glaub, den hast du erwischt. Dann mach mal eine für Krona. Ja. Ich dachte, wir haben Ledison des Google Sages. Wie ich gestorben bin. Was war das denn? Ich hab ihn getroffen. Sah aber nicht so aus. Wenn wir jetzt sie aufgesammelt haben, aber halt... Du wirst... Das war nicht gewollt, dass du mit dem Special wieder gebrochen wirst. Du konntest zwei Schüsse daneben hauen, sterben... Du konntest zwei Schüsse daneben hauen, sterben... Du konntest zwei Schüsse daneben hauen, sterben und wiederbelebt werden und hast wieder zwei Special Schüsse gehabt. Das ist der Grund. Ja. Komm zu mir zurück. Ich wette, der Randy hat unter 30 Skills. Du auch immer mal? Er sagt, der hat 110. Ja. Scheiße, der hat wirklich unter 10. Der hat fünf Kids. Aber dass du eine wiederbelebt hast... Ihr tut jetzt hier mit dem Bogen, Mann! Ich sag's mal so, du bist ja voll am Start, so lucky ersten Reforce von dir. Lustiges Malfoy ist auf Platz 2. Ich habe mich verbündet, oder? WTF? Anscheinend haben wir die Phase gestanden, wenn wieder jemand mit seinem fucking Bogen umgeballert hat. Ich weiß nicht, ich habe keinen Bogen drin. Ja, dann zeigt mir, was ihr könnt. Ich werde das Zellsystem nicht erklären. Aber im Prinzip ist es einfach nur von hinten, also Treppen links nach rechts und dann Portal links nach rechts. Wenn du dich damit nicht beschäftigen möchtest, kannst du auch einfach das Schild nehmen und Schildträger machen, okay? Mir fällt jetzt erst auf, dass wir das geändert haben. Ich habe den Red echt... Ja. Und wir machen Schaden von den Treppen... Oh my God! Mega Mates, mach doch mal los. Tschüss Tom. Tom, gut gerettet. Ich habe den Lieber. Lieber, okay. Ich habe mich selbst befreit, weil ich ein Gott bin. Ich habe das freigeschoppen. Nein, nein, nein. Ich habe mich selbst befreit. Ich habe mich selbst befreit. Ich habe mich selbst befreit. Ich habe das schon nicht befreit. Ich habe das schon nicht befreit. Ich bin aber tot. Ich bin aber tot. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir... Äh... Nein. Der Cube ist halt immer noch da. WTF? Der ist Reboot. Das ist... Das nennt ein bisschen... Hartmann kommt auf uns. Ähm... Okay, gut. Ist der denn schon auf uns, obwohl er noch rein spawnt? Ne, der ist schon gespawnt. Wir sind immer im Hard-Mode-Kletch. Ja, Explosiv-Phraserei. Wir sind immer im ersten Spot rollen. Das ist auch nicht so verkehrt. Was denn? Dreschen im ersten Spot. Ey, ich hätte Dreschen und Kilgrip. Das ist bei Kilgrip gut gehalten. Ne. Ich habe gerade durch die Zeitung nicht geblättert. Bei mir steht tatsächlich auf NRW-Zeitung schon drin, dass ich ein guter Erklärer wäre. Ein Erklärerbär. Ja. Aha. Hammer Erklärer, wie so ein Papi. Das ist die Dad-Sohn, die ich da abbekommen habe. Mein Papi ist nie zurückgekommen vom Cap'n Maul. Sohn, das ist mit dir über einen Gebäde. Du bist ein Huren-Sohn. Es muss so viel mehr sein. Du musst es dir nur wünschen. Ey, hör auf damit. Scheiße, hofft dich. Ja, moin. Jetzt Eliminierung, ne? Final Showdown ist Eliminierung. Geil. Und die haben ne Morgenröte. Nur noch ein Gegner übrig. Er hat keine Chance. Lol, wir haben das gewonnen. Ich glaub's nicht. Die hatten noch ne Morgenröte. Warum hat ihr die denn nicht gezündet? Ich hab' eine Menge Spaß. Gehen wir dahinter, dass ich sterbe? Boah, das ist jetzt alles. Boah, das ist scheiße. Ich seh' nicht scheiße aus. Heißt, ich klappe das. Warte, ein... Ach scheiße. Und... Verlegt. Verlegt mitnehmen. Sehr gut. Guck mal, Mashallah, Tony, wie ich mich da freigeschossen hab. Ja. Ja, ne? Wie ist das denn? Jemand, der nicht trifft. Jemand, der nicht trifft. Ich hoffe, das hast du auch gemacht. Ich muss grad kurz ein bisschen Ordnung schaffen, dann ja. Oh Scheiße. Das ist so, so, so. Okay. Zertifizierter Bra-Moment. Ich weiß nicht, dass du die Scheiße zu machen hast. Ich weiß nicht, dass ich... Das ist ja durch. Wir möchten das Feuerprobe, boah, ja auch nicht. Ähm... Alles okay mit dir, Cousauron? Ja. Das hat sich gehilft, Alter. Warum geht Evo-Meister in seiner Ult? Digga, er... Der hat in der Ult... Ist der vor mir weggelaufen. Joooooo... Der ist so dumm, Alter. Thomas wurde soo hart getradet. Er ist links... Einer... Links der Absicht. 1, 5, 2. Ja, ja. 1, 5, 2. Ja, ich... Ich muss mich doch immer so anschreien. Aber... Ja, 1. 1. Ja, ja. Ja. Komme. Das fäng ich dafür, wenn du so'n scheiß Sprenger entscheidest. Und drauf. Wulfi ist bereit. Zack. Zack. Nein. Oh mein Gott. Scheiße. Gut, dass ich das gesehen habe. Das sieht schon geil vorher im Kalender aus. Camp Andy oder was? Kann nur. Ja, aber schon ist schon auch okay. Also wahrscheinlich würde ich ficken. Die würde ich nicht... Die würde ich auch mal in der Bushaltestelle vergewaltigen. Ja, genau so. Seht sie? Auch fast. Das... Genau. Denk ich mir auch immer, wenn ich meine Mutter sehe. Oh. Ist das denn neu... Ist das ein Neu-Drip und der Jugendlichen, die ich noch nicht mitbekommen habe? Die würde ich an der Bushaltestelle vergewaltigen? Du bist gerade mal zwei, drei Jahre älter. Das fühlt sich ja so offen als wäre es ein Senior hier. Ja, vielleicht die Überstunden, die ich wegen euch machen musste. Ja, da kommt alles oben drauf. Wegen unserer Überstunden. Wir sind doch durch. Wieso laufen wir eigentlich? Oh, ich hab den D-Buff. Ich hab den D-Buff. Ich hab den D-Buff. Ich hab den D-Buff. Ja, wir brauchen noch eine Rotation. Oh, okay. Wir werden zwar fast beim Relikt besto... Okay. 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 Ich hab den Invader selber getötet. Mit 15 Partikeln. Ja, ja. Wir spawnen auch gleich nochmal Geschütze. Siehst du? Aber wir können jetzt einen Vorzeitler rufen. Ja. Hat auch mehr als lang genug gedauert. Ich hoffe, dass ich die jetzt nochmal weggeheutet kriege. Jäger, ich spawn schon wieder auf dem beschissenen Spawn. Ich hasse den. Gebe dich der Dunkelheit hin. Vernichte diese Hüter. Hüter gefallen. Ab der Nummer brauchen wir alle neue Zähne. Der Typ komplett dum? Ich hab sie alle gefickt. Das ist ja eine Tory Invasion. Die war ja mehr Schmuck als alles andere von mir.